Hallo! Im Leben ist es wichtig, sich seiner Stärken bewusst zu sein. Oft geht es im Leben rund. Das gehört einfach dazu und hält uns alle munter. Umso wichtiger ist es mir, nicht ins Rutschen zu kommen, Halt zu bieten und Halt zu finden. Schwere Lasten meistere ich schon seit Jahrzehnten. Sprich, ich habe hierbei eine gewisse Routine. Intelligente Lösungen, die mir im Alltag helfen, sprechen mich genauso an. Ein Bewusstsein für unsere Umwelt. Hierzu trage ich natürlich auch aktiv meinen Teil bei. Ich liebe Ordnung. Denn schlussendlich soll das, was ich kann, praktisch, nützlich und qualitativ hochwertig zugleich sein. Warum ich als Küche auf Alltag so viel Wert lege? Ganz einfach. Ich bin nicht irgendeine Küche. Ich bin eine echte Darnküche. Ich bin nicht irgendeine Küche. Ich bin nicht irgendeine Küche. Ich bin nicht irgendeine Küche. Ich bin nicht irgendeine Küche.